hallo und herzlich willkommen von fortnite belgwiai shop video es gibt heute wieder seltene gegen den shop und es gibt heute neue gegen den shop, also guck dieses video bis zum ende und ja ich komm mal da, wir gucken mal rein, was ist guck, gibt's lustig. okay, long week ist wieder da, was besonderes, gang haben wir hier, genetel gama, die war selten wegen, ja die gespanne war selten wegen, die war kulask vor 111 kage im shop, jetzt ist die wieder kurik nach 111 kage, ist die gespanne wieder kurik nach 111 kage. so weit gehe ich mit die gespanne, die gespanne war auch kulask vor 111 kage im shop, jetzt ist die gespanne wieder kurik, vor 2000 kage im shop. so liebe freunde biker gehe ich, war noch nicht alles, eine seltene gama haben wir noch. wuski 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 wuski, ich muss hier ja rufen, wie immer. eine seltene gama haben wir noch. eine seltene gama haben wir noch, ja, das ist die seltene sache doch, das ist die gespanne. so, die gespanne war kulask vor 315 tage im shop, jetzt ist das kage wieder kurik, nach 315 tage ist das kage wieder kurik. ja, war seltene wegen, und jetzt ist es wieder kurik nach 315 tage. so, mit die seltenen gama durch, dann kommen wir jetzt nochmal auf die neuen gama. das andere war alles nicht besonderes, gespanne muss man gar nicht drauf eingehen. so, dann kommen wir jetzt mal an die neuen dinge. wir haben ein neues gaga paket bekommen, das ist das hier. das ist das neue gaga paket. vor 4,50 euro. ja, kann er mit arbeiten, muss ich sagen, kann er mit arbeiten mit ihm. ja, ist ok. ist ok. bis zicke. ok. waffen lackierung. ok. dann lackierung halt. und wir gehen hier noch. 600. wie war. so. und gaga vor 4,50 euro. ok. kann er mit arbeiten. vor 4,50 euro ist es ok. so. weiter geht. gerne haben wir noch dieses rekki welt paket bekommen. ja, wir haben ein neuer rekki welt paket. dadurch bekommt ihr rekki die welt. kostet 18,50 euro. das rekki welt paket. und was bekommen wir durch den rekki welt paket. wir bekommen natürlich zugang korrekt die welt. wenn wir rekki die welt noch nicht besuchten, bekommen wir natürlich zugang korrekt die welt. gerne bekommen wir gegen charakter. den können wir in belgoyal in rekki welt verwenden. von da her. wunderbar. gerne bekommen wir noch gegen rekki welt paket. und dann bekommt ihr noch aufgaben. um die bieber bei zu zeigen. vier aufgaben. müsst ihr in rekki welt machen. dann müsst ihr eure aufgaben machen. ja. aber die vergabe ausdenken. rekki welt. top video. mehr drauf eingehen. wir haben die aufgaben macht und alles. ja. so. und die leute die natürlich von rekki welt haben. die können sich das paket auch kaufen. ihr wollt natürlich rekki welt weiter hinbehalten. ja. ihr könnt euch hier das paket auch kaufen. wenn ihr rekki welt kommt. könnt ihr euch das paket aber auch kaufen. ja. dann bekommt ihr auch den charakter. und dann bekommt ihr auch die rekki bis kacke. ja. von da her. ihr verliert euer schlug für rekki welt nicht. ihr habt das paket dahin. also ihr habt keine nachteile. da gut. von da her könnt ihr euch das auch kaufen. wenn ihr rekki welt kommt. das ist gut. ja. wenn die leute die noch nicht rekki welt haben. die bekommen den rekki welt da gut. und ja. das war's auch. so. und gibt es nichts besonderes liebe freunde. vergesst nicht. ihr guckt einko gehen. wenn ihr einfach einen shop kauft. und immer euch sagen. ich wünsche euch noch einen wunger 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 schönen mittwoch. heute in lauf des kars bin ich auch noch live. mit meinem kollege basti und jernbieger. ja. ich wünsche euch allen. bis gleich. tschau. tschau. tschau.